Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen in Anführungsstrichen nur ein Tutorial. Eigentlich ist es eher ein cooler Befehl den man so ausführen kann, entweder auf Linux oder auf Windows, wenn man Telnet installiert hat und ich fand den so cool. Tim hat ihn im Forum gepostet bzw. als Kommentar gepostet und ich kannte den noch nicht und ja, der hat mir wirklich meinen Tag erheitert. Vielen Dank an der Stelle und zwar telnet-towel.blinkenlights Ups, das soll ein Punkt sein hier natürlich blinkenlights.nl, was niederländisches und zwar Telnet ist so ein kleines Protokoll ähnlich wie HTTP, eigentlich nicht ähnlich, aber es ist auch ein Protokoll und Towel.blinkenlights.nl, die Leute haben tatsächlich in ASCII eine richtig geile Sache gemacht Die haben nämlich komplett oder nicht komplett, aber einen Großteil der Star Wars Episode 4 als ASCII Art sozusagen dargestellt. Und was ihr hier jetzt gleich sehen werdet, ist tatsächlich eine Version hier auf dem Terminal die uns Star Wars Episode 4 zeigt. Ich fand das so geil Ja, hat mich sehr ermuntert und ich würde sagen, ich kann euch eigentlich nicht die ganze Sache hier zeigen Ich weiß auch gar nicht, wie das mit Copyright ist. Ich hoffe mal, der hat da nichts dagegen, aber es ist im Prinzip ein kostenloses Tool Könnt ihr gerne mal selber ausführen. Ich fand's mega schön. Wir lassen hier mal kurz den Trailer oder den Intro Abspann laufen So, da sind wir wieder. Ich habe mal das übersprungen. Den Teil kennt natürlich jeder mit dem Intro Und jetzt sehen wir hier tatsächlich in live die Raumschlacht von Star Wars ganz am Anfang Und ja, hier sehen wir R2D2 und C3PO, kennt ihr natürlich alle Und deswegen, also ich finde es wunderschön umgesetzt. Vielen Dank nochmal und ich hoffe euch gefällt es auch Ich würde euch wirklich empfehlen, das Ganze mal anzugucken. Es ist echt wert Okay, dann war's das von meiner Seite auch schon wieder. Ich möchte euch nicht alles verderben Den ganzen Spaß, den dürft ihr euch dann selbst noch gönnen Ja, wer Fragen hat zu Telnet unter Windows Wie man das installiert, der darf mich gerne fragen Ansonsten unter Linux ist alles natürlich schon vorinstalliert Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao! Ciao!